Bei uns zu Gast Lena Wenta, eine experimentelle Klangkünstlerin, die elektroakustische Windspiele, interaktive Klangmalereien und Harmoniknoise für Klarinette, Synthetizer, elektronische Gitarre, was und heute auch Orgel spielt. Wir lassen uns überraschen, gleich geht es los. Ich wünsche euch allen viel Spaß und einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch allen viel Spaß. 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 Ich wünsche euch allen viel Spaß.